Selbst der letzte hat was bekommen. Wie unfair. Bleibst du nicht drin? Nope, die Kontrolle ist fertig. Ich brauche Bergung. Achso. Ich weiß noch was für eine Trophäe, die fehlt. Oder hast du schon mal Arena gemacht, ohne dass einer gestorben ist? Das ist ein Trophäe, da muss man eine Arena abschließen, ohne dass einer gestorben ist. Äh, ne. Das ist so ein Trophäe für eine neue Diasie, oder? Ne, ne, für ein älteres. Es gibt ja halt Arena, die man auch beim Riff und so machen kann. Aber du hast ja alle DLCs, oder? Ja. Dann können wir erstmal ausprobieren. Also das Arena ist egal, du kannst ja auch Level 28 abschließen. Aber Hauptsache, da ist keiner gestorben. In der ganzen Welt, sag ich mal. Das gibt's ja bei Strike und bei Raid. Sonst gibt's ja keine Trophäe, von wegen, dass keiner sterben soll. Äh, warte mal. Arena musst du nicht machen. Du musst nur Strike, ohne dass einer stirbt und am besten auch nur mit Clan-Member. Äh, ja, genau das gleiche wie Raid. Okay. Ich hab' mein Trophäe gesehen, da war, dass man eine Arena abschließen muss, ohne dass einer gestorben ist. Hm. Ja, dann ist das irgendwie rausgemacht. Ich bin ja höchstens König der Besessenen, äh, Trophi. Aber die interessiert mich ja nicht, weil die ist ja nicht, ähm, na, brauch ich ja nicht für Platin. Hm. Der war 78% schon. Ist dir gar nicht aufgefallen. Hä, hä, hä. Was fehlt mir denn eigentlich alles noch? Er hilft 20 Erhobungspunkte im Modus Bergung zu erreichen. Okay. Ja, das ist genau das, was ich grad meine. Weltkommando schließe ein Raid mit einem Endstruck ab, äh, der nur aus Mitgliedern eures Clans versteht. Ja toll, ich hab' auch vollenden Clan. Die ist ja ein Raid-Up, ohne dass ein Mitglied des Eims stirbt, okay. Mhm. Die ist ja ein, okay, das ist auch, finde 50 tote Geister. Komplettiere einen Titanfocus, das einzige, was mir von Titanfocus noch fehlt. Ja okay, mehr fehlt mir eigentlich gar nicht. Was war's. Warte mal 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10. ex-trophäen fehlen wir noch okay was geht schon los was müssen wir machen kredit die holen sobald sie da sind er war schon gestorben auch mann na toll er will mich wieder blämmig durch die sparen sehr schön nein die feinde dürfen mich einsetzen ich hab's noch nie bisher einmal gespielt tschüss was er hat überlebt okay du hast ihn aber nicht so genau das genau 20 mal einsetzen 20 mal beschützen das war's wort der lack aua nein er kann mich wieder bläben macht aber hat nicht geschafft das war's haben wir verloren aber doch ich glaube ein zweimal habe ich ja schon gespielt weil es in welchen links vorkamen wegen legendären marken ich gehe unter die brücke nein danke kann ich gehe mitkommen wenn er möchte es gibt ein neues welle habe ich wieder bläben auch scheiße da geht und schön wo ist es hat er dann ziehen unser team meint ist ganz schön gut eigentlich ja das level ist ja nicht immer scheißegal im pvp ist größer mit level 10 hin dass du 40 oben ballerst aber dann stirbt es ja früher also schneller ja das jahr kleiner nachteil diese schröten verschwörungstheorie die ist einfach so scheiße stark das ist also lustig aus der willi sonde zerstören und keine ahnung was sie machen müssen und er tötet ihn einfach so ja vierig drücken musst du da vier sekunden lang dann ist die sonne weg ich habe schon wieder schwere munition hier wäre gar nicht mal so schlecht ja ok er braucht nur ein schuss ich habe keine doch ich habe schwere munition bekommen ich dachte schon musst du in der rechten reicht einer muss looten haha in der luft weggeschnitzen oh scheiße was ich habe eine viertel ich habe mal gesehen ok nein scheiße oh man das war fehl ein bisschen shit unser teammate ist wirklich gut verteidige die sonderhüte aber gel abgestaubt das ist alles meine kills und jetzt konnte ich den letzten schuss nicht abfeuern darauf kommt eine rein mit seinem scheiß das war das für ein bisschen für eine granate kommen wird auf die eck das was wenn man zieht dort kann man trotzdem nicht wo kommt die nächsten sie sind die gegner hier wollen und halten und hat doch nena ein dass auf jeden fall treten das heißt schon eine warlock aber jäger aber ich habe vorhin bogen gehört dass ich den schon okay der war eine zähne abschüsse oder das wirst du da wenn die zähne abschüsse nein krass man so unten eine granate einen schadenpunkt an ihn gemacht ich sterbe hier oft kann sich daran gewöhnen hihihi das wäre aber auch immer völlig hupe weil die kd oder sowas interessiert mich nicht außer hier habe ich schon mal ein paar kuss das reicht schon haben wir die sonde verteidigt oder haben die gegner die eingenommen die haben wir nein ich habe noch oh nein es ist wieder schwere munition warte wie viel kills brauche ich denn noch ich glaube nicht mehr viele sechs ok nein ich habe keine schwere munition toll die natürlich haben die gegner schwere dankeschön ich habe nur gesehen dass halt in der luft ja rakete geschossen bekomme ich auch punkte wenn wir sie deaktivieren ja nein ja so an sich punkte ja aber für die trofäe woher musst du die sonne ansetzen nein oh man war das scheiße also muss ich sagen trofäe sind mir aber auch nicht so allzu wichtig mir schon boah war das knapp ich habe einfach nur noch keine ahnung ein hp feindliche sonde gestört und eliminiert ah gewonnen uuuu nice je mehr wir finden desto ohnehin wird schnell vorbei hoff habe mich nur tatsächlich mal an den rücken geschossen so willst du mal was gescheiß bitte ja ich möchte auch bitte was haben oh letzter von uns mehr als gedacht oh nice toll toll 265 würd ich nehmen das dauert über n n gramm das dauert über n gramm dann könnte ich ja wenn wir das legendäre rausbekommen jup boah unser teammate hätten einfach 18 kills gehabt ich hoffe wir sind wieder mit ihnen und ein team ich hoffe wir sind nicht im gegner team ein zwei u u u u k Hast du eigentlich schon eine neue exotische Waffe? Ne. Ich auch nicht. Der Hunter ist auch seit, äh, boah, was war das hier? Vorgestern 40er oder irgendwie sowas? Äh. Jo. Also viel hier habe ich da noch nicht gemacht. Okay. Ich habe da zwei exotische Waffen bekommen, aber das war eine alte. Aber dafür mit halt über 290 Schaden. Die schöne Monte Carlo, ich weiß nicht, ob du die kennst, mit 290 Schaden. Und die Falken-Montizur dabei hatte, habe ich auch. Ah, ich habe 290 Schaden nicht gebracht. Aber ich habe jetzt eine legendäre Waffe, die sogar mehr Schaden macht, weil ich sie aufgelabelt habe. Weil ich die irgendwie ein bisschen mehr mag, als die Falken-Mont. Hat sogar genau, fast so viel Schuss wie die Falken-Mont. Und ich habe hier auch noch nie bekommen. Und ich habe das noch nie. Und das 300er ist aus dem N-Gram. Aber ich mag irgendwie den weißen Shader nicht, ich mag den schwarzen mehr. Ich glaube, bei einer bin ich komplett schwarz und bei der anderen bin ich komplett weiß. Kannst ja kaufen, zur Not. Aber auch nur zur Not. Richtig. Ja, ich hab die Flagge in der Hand. Ah, die Sonne nicht. Scheiße, ich bin nicht daneben. Oh Mann, ich hab mich schon gefreut. Scheiße. Oh Mann. Das war nicht leicht. Sichert und verteidigt die Relikte und passt auf euch auf. Okay, der Traun hat vier Licht. Wird hier schon viel versprechen werden. Okay, die Granate war richtig scheiße leer geworfen. Neues Relikte lokalisiert. Ich bin tot. Aber Impulsgranate hat mich nicht getötet. Schneide. Lauf. 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 gut gefallen. Ne Termin. Oh Coast, haben aber beide getötet. 1� Rollers für unlock. Ein Shotgun. besser als gar nicht ja habe ich uns noch mal gerettet das ist jetzt ein paar probleme gehabt das war gar nicht knapp nein sie dürfen darf nicht tun das war's nein zu spät bin ich da